jetzt hörst du schon auf zu rennen wir haben so viel zu bereden und ich ich habe nichts unrechtes getan alles doch der stand da sein genick war nicht gebrochen und ich muss den umstand ändern was meinst du was mich für mich nennen weil ich alle die linke breche auch mal ein labor getriebenes flugzeugträger erkennt so weiter geht's ja wir sind aus dem verkackten flugzeugträger und werden wahrscheinlich gleich fake da ermorden ja fake da keine zeit für spielchen ich muss weiter nein bär wo sie sind sie ausgerüstet was hier diese gullis wir können wir den besten freundin güros man gleich wieder kennen wirklich drei verschiedene passwörter 1 2 und 3 was dann so schwierig ich komme nur mit drei passwörtern rein hey jetzt auf die ecke linds das ist ja doch ich wünsche ich geheimnis code a sehr schön danke fürs passwort noch zwei und ich bin drin auf die ecke linds das ist ja das ist ja auch f f f nein 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 wirklich dann halt so knack hoffentlich ein knick gebrochen werden kann ich schmack die schrohszenter wo bist du? ich bin unterwegs oh, nobel sieht sie aus das leistet man sich mal ganz kurz oh, Kiste Fissbot gefunden na endlich, aber ich habe irgendwie mit den ganzen Hubert's, die Hubert's besondernden Cousins in der Gegend rumschwirren Angst mich auf irgendein Klo zu setzen sonst geschehen Dinge, die man nicht geschehen haben möchte Kontrollpunkt oh, Eiswaffe oh, ich sehe komm, Part of House ich habe es mir verdient der Riegel ist auf der anderen Seite nein oh, kommt wieder zurück ah, Schwumgewehr Bärenkeller Kiste Kiste hallo, ich will die Waffe haben danke ah, der hat auch Spreng ach, der mit der Sprengmunition wieder die in der ersten Fall wer hat irgendwann Granaten Munition dafür meine ich ja ah, Kiste du kannst was Kist Huberth kommt Werde wie ist man wie meine Taschen ist voll, das geht nicht, kombiniert so, danke, das ist meins hier war schon wieder das ist ein Hilfespray, ne Bembo, Hubert ah, ein Erste Hilfespray, alles klar, wie gehe ich dann vor boah, wie gehe ich vor fand ich auch zu viel Kram, ich habe eine Idee äh, Pistole jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 danke oh fang vergiss alles was du vorgehabt hast, mein Freund wer hat gepupst wer hat gepupst wer hat gepupst ähm, gehen wir mal hier lang ah 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 du machst das schon du machst das schon du machst ich glaube du musst irgendwas tun was vor ah es geht schon allein gut du hast es explodiert es geht es geht ich glaube du musst irgendwas tun Hey, da lebe ich selber noch. So, Kopf zu. Frech. Da kommt Hubert an. Warte, 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 warte. Aua! Bleib weg. Ach, was ist ein explosiver Bolzen? Tja. Sachen gibt's. Die sind lustig, die gefallen mir. So. Hey, woher ist die Tür? Wo ist hier? Wo ist die Tür? Mit einem gelben Hebel. Ich kann keinen Hebel ziehen, aber ich weiß, wie ein Hebel aussieht. Bist du sicher? Ja. Yo. Ah, ich seh, es gibt mal wieder... ...Masagna. Oh, das ist noch ne Kiste. Ah ja, ein Bauer. Nichts für mich. Ach, da wird die andere Hälfte von dem Geburtsbehindertruck gesorgt. Warte mal kurz. Oh, noch ne Kiste. Ah. So. Jetzt steht er noch. Ach, da rum. Jetzt steht er nicht mehr. Ja. Bestätig ich so. Weißt du, drückt er sich einfach in irgendwelche Abflüsse rein. So. Kontrollpunkt. Ja, guck mal, ein Hebel. Wow, dann... Oh, nein 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 nein. Ah, derhib. Das hat er's mir. Hast du gerade in den Mund geschossen? Was du meinst tun, was du hier tust? Wirklich? Verdrückt sich einfach wieder. Oh, Erfahrungspunkte. Noch ein U-Bahn. Ich würde sagen, das war gerade ein typischer Fall von Wee, Digga. Was hast du gegen mich? Was hast du gegen mich? Nichts, was hilft. Das glaube ich auch. Erstmal, Digga. Wie viele explosive Bolzen hast du eigentlich? Jetzt auf sechs. Gib das mal her. Danke. Danke. Nur noch eins. Dann heißt es Bingo. Oh, Munson. Okay. Hier lang nicht. Ach, schade. Dann spiel ich mal mit dem Bärenkeller an. Bisschen, Robben. Treppe hochgrätschen. Was? Was? Wieso? Oh nein. Egal, alles gut. So, gib den mal her. Danke. Mir fällt so ein scheiß Überall im Kopf. Das letzte war so einfach. Und dann siehst du so einen explosiven Bolzen von mir im Boden stecken. Der ist sogar noch piept. Ja, genau. Rote piepende Lichter. Ich mag sie, wenn sie mich gerade im Brustkasten stecken. Warst du so? Ja. Erst mal, erst mal Tüchertag. Du hast zuerst gemessert. Warte kurz. Das wollte ich gerade mit der Granate machen, aber auch gut. Okay. Ich vermisse Pilzen eine Waffe. Eine One-Kill-Waffe. Oh, es gibt so viele Dinge, die ich mitnehmen kann. Ich fühle mich jetzt unwohl. Wie? Ich kann keine Explosiv-Pfeile auf. Kriegt euch mal einen, alle. Hier noch mehr Kissen. Brandgranate. Ich habe keine Blendgranate dabei, oder? Nein. Alles ist in Ordnung. Fünf Brandgranaten. Ach, kann man hier nicht mal zwei Sekunden alleine sein? Oh. Spüren Sie, wie es sich in Ihrem Körper Das ist das erste Mal, dass Sie akzeptiert, dass ich existiere? Ich gebe Ihnen nur, was Sie mir gaben, Simmons. Batman. Ah, meine böse Schwester. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Ach, jetzt wurde gerade Simmons zum, äh... Sie sind nur zu dem Monster, dass Sie immer wachen. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Sie haben Ihre Familie würden aus der Welt gemacht haben, was sie heute ist. Ja, ich sehe das so. Ja, ja, ja. Ist cool. Guck mal, wie ich helfe, dass ich aussehe. Ich bin nicht alles ändern. Was zum Teufel hat Simmons dir angetan? Alles. Ja. Dann mal los, ne? Auf ins Gefecht. Okay. Du meinst, fake Ada? Ja. Ich war doch froh, ob auch die Kisten irgendwo da waren. So spät. Weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Den Metallschlag aus dem fünften Teil. Hä? Ada, halt! Hey, wo bin ich hin? Da war gerade Drungskraut. Sie sind auf dem Holzweg, aber ich habe keine Zeit, es zu erklären. So, jetzt haben ich noch 13 Tic Tacs. Ich hätte gerade 16 haben können, aber ich habe keinen Platz mehr gehabt. Ich kann es nicht aufnehmen, Eisen. Au! Warum schützt du mich mit an? Ich habe da jetzt nicht nur noch 12 Tic Tacs. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Okay, da kommen die nicht durch. Nein, 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 nein! Fang! Hey! Ich würde doch Spaß mit dem haben! Nein, nein, nein. Ach komm, da kommst du mit dem Messer dran. So, einfach gegengesprungen und dagegen geschlagen. Nein, also einfach nein. Komm her, Fan-Support. Alles klar. Oh. Äh, nein! Danke fürs Ablenken, Leute. Wir sehen uns. Ach, da sind die bald schon da rausrasten. Ich bin mir sicher, dass die netten super volles Gewehr, dass ich jetzt gerne hätte. Was mache ich denn gerade für Moves? Erstmal die Beine raushängen lassen. Erstmal eine Runde abhängen. Guck mal, ich bin hier. Guck dir meine Schuhgröße an. Ja. Ah, die haben wieder mit der wütenden Vagina zu tun. Wer hat denn hier? Aua! Das war ich wieder. Nein, klar. So. Aber. Es ist ja soweit. Es ist wieder soweit. Nett. Ja. Ja. Wir sind jetzt bei 18,5 Minuten. Also ein guter Stopp. Guter Stopp, genau. Alles klar, liebe Freunde. Danke, vielen Dank fürs Zuschauen. Bist du nächste Folge? Ja, ja.